Es sind Bilder wie aus einem Katastrophenfilm. Das Containerschiff Dalí gerät scheinbar außer Kontrolle und rammt einen Brückenpfeiler. Daraufhin stürzt die Brücke ein, Autos und Menschen fallen in das kalte Wasser von Baltimore. Nicht der erste Crash des Schiffes, wie diese Aufnahmen zeigen, die in den sozialen Netzwerken verbreitet werden. Das Video von 2016 soll die Dalí im Hafen von Antwerpen zeigen. Mit dem Heck kracht es in die Kaimauer. Damals führte wahrscheinlich menschliches Versagen zum Unfall. Die genauen Hintergründe zum tragischen Unglück in Baltimore werden derzeit noch untersucht. Experten gehen von einem technischen Versagen aus. Es soll einen Stromausfall gegeben haben. Wodurch der entstanden ist, wird derzeit noch untersucht. Unterdessen ist die Suche nach möglichen Überlebenden im vollen Gange. Sechs Menschen werden derzeit noch vermisst. Zwei konnten gerettet werden und befinden sich im Krankenhaus. Unterdessen sind die Ohr, was sie aufgewandert. Vielen Dank.